Hallo Ali und herzlich Willkommen. Heute gibt es Milchnudeln mit gebratener Birne und Himbeersoße. Dazu benötige ich heute 250 Gramm Nudeln, nicht hart die gedrehte Nudeln genommen, man kann aber auch Spirelli nehmen oder eine andere kurze Nudel. Dann 750 Milliliter Milch, 40 Gramm normalen Zucker, 20-25 Gramm Butter, einen Esslöffel selbstgemachten Vanillezucker oder ein Päckchen Vanillezucker und nochmal eine Prise Salz. Dann brauche ich Birnen, drei Stück, zwei Stück, je nachdem wie groß sie sind, ein Ei, die Panade, die Panade besteht aus 100 Gramm Semmelbrösel und 100 Gramm gemahlener Haselnuss und etwa einen Esslöffel Butterschmalz. Für die Himbeersoße nehme ich Himbeeren tiefgefroren, das sind hier 300 Gramm und 50 Gramm Puderzucker. Das Ganze werde ich jetzt schon mal so ein bisschen vorbereiten und zeige dann gleich, wie es geht. Als erstes gebe ich dann jetzt die Milch in den Topf und mache auch gleich den Zucker und den Vanillezucker und das Salz dazu. Der Zucker gibt, wenn man den gleich am Anfang mit reinmacht, so eine kleine Schutzschicht am Boden. Das verhindert dann, dass die Milch gleich anbrennt. Ich nehme im Übrigen hier wieder meine Simmerplatte darunter, damit vermeide ich halt, dass es schnell zu heiß wird und unten ansetzt. Ich warte jetzt, bis die Milch kocht und dann kommen die Nudeln dazu. Wenn die Milch denn heiß genug ist und so langsam aufsteigt, dann gebe ich hier die Nudeln dazu. Ich hatte vorhin übrigens vergessen, als ich den Zucker rein gemacht habe, kann natürlich dann auch immer gleich die Butter mit rein. Die ist jetzt hier drin, man sieht, dass hier oben so eine kleine gelbe Fettschicht drauf ist. Ich nehme die jetzt einmal vorsichtig durch und jetzt können die so 15 bis 20 Minuten langsam ziehen, nicht kochen. Während die Nudeln jetzt leicht simmern, werde ich die Himbeersauce schon mal vorbereiten. Dafür habe ich die gefrorenen und aufgetauten Himbeeren hier schon mal in mein kleines Gefäß gemacht von meinem kleinen Häcksler und gebe jetzt den Puderzucker dazu. Dann den Deckel drauf und pürieren. Wenn es dann gut durchpüriert ist, dann kann man das Ganze auch nochmal durch einen Sieg streichen. Dazu brauche ich aber noch einen Löffel. Erstmal das Messerchen hier raus. Und dann einfach ins Sieg geben. Und gut durchstreichen. Und das Ganze so lange durchstreichen oder durchrühren, wie auch immer. Hauptsache, es kommt unten mal raus. Bis dann letztendlich hier nur noch so eine relativ feste Kernmasse übrig bleibt. Es lohnt sich. Ein bisschen Zeitaufwendig, aber es lohnt sich wirklich. So, das ist jetzt erstmal genug. Auch von außen immer noch das Sieg gut abkratzen. Und dann kann das erstmal beiseite. So, das Ganze stelle ich jetzt erstmal ein bisschen kühl. Ja, das ist eine wunderbare Soße. So soll sie aussehen. Ich stelle das erstmal in den Kühlschrank und das wird es dann nachher zu den Birnen und Nudeln gehen. Die Birne habe ich mir jetzt schon mal vorbereitet. So in fingerdicke Scheiben geschnitten. Habe in der Mitte so ein bisschen das Kerngehäuse abgeschnitten. Vorher geschält und dann schön mit Zitrone eingeträufelt. Das verhindert so ein bisschen, dass die oxidieren oder so schnell oxidieren. Und zum anderen passt es auch wunderbar, dieser säuerliche Geschmack zu dieser Birne. Dann kommen sie hier einmal ins Ei rein. Schön mit eigenen Netzen, soweit es geht. Und dann in die Semmelbrösel. Ja, das gut andrücken. Von beiden Seiten, auch außen rum so ein bisschen. Und dann kann das erstmal hier liegen bleiben. Und so geht es dann weiter. Und wenn dann alles schön paniert ist, dann geht es ab in die Pfanne. Das Butter schmeißt es jetzt schön heiß. Jetzt kommen die panierten Birnenscheiben da rein. Ich lasse die jetzt so etwa 2-3 Minuten leicht braten. Und gucke dann nochmal, wie sie von unten aussehen und wende dann. Soweit ist jetzt alles fertig. Das heißt, es kann angerichtet werden. Die Nudeln werde ich als erstes drauf geben. Die haben also genau die richtige Konsistenz. Die Milch ist so gut wie eingekocht. Ist nicht mehr sehr viel da. Was da noch ist, ist relativ cremig. Ein kleines bisschen Karnier noch. Dann kommt die gebratene Birne. Und zum Schluss nochmal die Himbeersauce. So. Davon gebe ich dann auch immer noch eine Portion mit zum Tisch. Und ein kleines Schälchen. Das wäre jetzt hier das Schälchen. So. Und jetzt gebe ich noch ein ganz kleines bisschen Puderzucker oben rüber. So. Das war's. So werde ich das jetzt servieren. Ich denke, es wird wieder gut schmecken. Ich wünsche jedem viel Spaß beim eventuellen Nachmachen. Einen guten Appetit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020